Ich muss so ruhig sein. Stehe ich jetzt so nah an den Wind weigere. Windgeschwindigkeit bis 110 kmh, Freunde. Aber heute Abend wird es doch heftiger. Heute Abend soll nämlich Gewitter und Hagel dabei kommen. Ab 22 Uhr geht es, glaube ich, los. Stand bei meiner Warn-App drauf. Und... Ne? Das sind aber die Anzeichen dafür, weil die sind jetzt auch schon schlimm. Die sind jetzt gerade erst 90 kmh, die Anzeichen. Ich bin jetzt gerade noch im Urteil der Beteiligten der Beteiligten. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020